Statement von Sinan G. Wir schauen jetzt rein, wir gucken, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Und jetzt die neuesten Ereignisse, wo ich mir dann gedacht habe, komm, diese Asche-Sache ist auch sehr groß gerade, alles läuft. Und bevor ich jetzt wieder viel nicht sage, bevor sich wieder sehr viel staut, hau ich einmal ein bisschen was raus. Kommen wir zu dir, Anemus. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. Macht er auf jeden Fall richtig, er muss diesen Hype mitnehmen. Jeder, jeder springt momentan auf diesen Hype zurück auf. Wirklich jeder. Momentan gibt es kein YouTube-Beef, sondern nur Rap-Beef. Ja, dann bringst du eine exklusste Frau auf Hast du Bars und disst mein Bruder Roos. Ja ne, schämst du dich nicht? Du disst Roos, Alter. Roos, der Mann, der für dich so viel getan hat, sehr viele was losfolgen mit dir gemacht hat, dich gepusht hat, für dich da war. Ich war auch für dich da. Du behauptest überall, keiner war für dich da. Alle hätten dich fallen lassen. Digga, Azad, was war mit Azad? Er hat doch Streit mit Manuelsen für dich gemacht. Was hast du gemacht? Du hast Azad auch in Stich gelassen und sagst, ey, schau auf mit Musik. Und hast voll den Move gemacht und warst bei Bushido plötzlich. Aber wie ist das dazu gekommen? Durch eine sehr unschöne Sache. Da gebe ich dir recht. Manuelsen hat sich geschlagen. Fand ich nicht schön. Diese war keine schöne Aktion. Stimmt. Muss ich ehrlich sagen. Habe ich dir nicht gegönnt? Er hätt ich niemanden gegönnt. Auch nicht mein schlimmsten Feind. So was ist egal. Manuelsens Beweggründe kennen wir alle. Es ging um seine Frau. Gerechtfertig oder nicht, lassen wir das erstmal dahingestellt. Sonst, ich will nicht genau ins Detail gehen. Du hast schlecht über seine Frau geredet oder hast irgendwelche Sachen gesagt. Geht uns nichts an. Das ist eine Sache zwischen euch gewesen. Okay. Trotzdem habe ich zu dir gehalten. Ich habe mich mit Manuelsen, mit einem Bruder von mir, den ich seit 20 Jahren kenne. Seit ich klein bin, kenne ich Manuelsen. Und die Leute wissen, wie gut wir uns verstanden haben, wie viel wir gelacht haben. Er ist auch ein Einschein, ein sehr guter Mensch eigentlich. Jetzt habe ich leider nicht mehr so viel mit ihm zu tun wie früher. Aber zu der Zeit waren wir so. Und ich habe zu dir gehalten und ich habe mich zwei, dreimal mit ihm gestritten wegen dir. Und dann besitzt du die Fräschheit zu sagen. Wow, wenn das stimmt, das ist krass, ne? Also wenn jemand, ähm, wenn er sich wirklich mit Manuelsen gestritten hat wegen Animus, weil er die Aktion nicht gut fand, dass er ihn geschlagen hat, dann auf jeden Fall Respekt dafür. Würden ja nicht viele machen, ne? Ihr wisst ja, wie das eigentlich ist heutzutage. Wenn man mit jemandem gut ist oder von jemandem mehr profitiert, dann heutzutage alle nur, äh, 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 tief, 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 tief reinnehmen, tief reinnehmen. Nie seine Meinung zu etwas äußern. Guck mal, es gab zum Beispiel, ich erzähle euch eine kurze Geschichte. Es gibt einen Rapper aus Wuppertal, ne? Äh, oder was heißt Rapper? So möchte ich ein Typ, ne? Egal, wir gehen nicht ins Detail. Er ist wirklich cringe, wirklich cringe. Er denkt, er wäre ein krasser G und macht so oft American Rap und so, ne? Und es ist schlecht. Es ist wirklich schlecht. Dann hat er Leute um sich herum, die sagen, es ist schlecht und sich über ihn lustig machen. Von denen hat er sich distanziert, so. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, Mann, ist gut, krass und so. Aber die machen sich hinter seinem Rücken lustig, aber vor ihm, äh, äh, äh. So, und das will ich damit kurz einfach nur sagen. So, diese Mitläufermenschen, die keine eigene Meinung besitzen. Man hat mich fallen lassen. Digga, bevor du Schläge gekriegt hast, was keine schöne Sache war, und ich sage das nicht, um dich zu schmälern, ja? Und ich möchte auch hier keine Kommentare sehen, wo man ihn jetzt deswegen fetsch macht. Ich meine, das ist tot ernst, Freunde, lasst es. Äh, es ist scheiße gewesen, so was macht man nicht mit einem Mensch. Äh, bevor das passiert, das haben wir beide telefoniert angemacht. Falls du dich erinnerst, ich habe dir gesagt, du hast Ansagen gemacht, eins gegen eins, manuellen Kornbien und er. Oder das Essen City, das NRW. Hier laufen andere Gesetze, hier laufen andere Regeln. Wer hier nicht groß geworden ist, der wird hier nicht überleben. So einfach ist das. Hier wirst du gefressen, wenn du keiner von uns bist. Ja, das ist so. Ich habe dir gesagt, kommst du jenen? Bruder, ich habe gesagt, dadurch, ruf mich an, dann passiert dir nichts. Es geht nicht darum, was für ein Mann du bist. Du kommst alleine in eine fremde Stadt und war noch in Essen oder Gelsenkirchen, hier nebenan. Bruder, Bruder, ist schwer. Ich habe gesagt, der ruft mich an, passiert nichts. Hast du nicht gemacht? Obwohl du gesagt hast, du rufst mich an. Du kamst also hin und standst ein, zwei Meter vom Berg gegenüber. Erwartet noch, okay, ein, zwei Freunde waren auch dabei. Aber was erwartest du? Ja, das stimmt. Ja, Bruder, ich habe nichts mit den Leuten, mit den Untergrundleuten zu tun. Also, ich halte da schon sehr bewusst Abstand von diesen ganzen Sachen. Aber, das ist ja in jeder Stadt so. Wenn du nach Berlin gehst, nehmen wir mal jetzt an, ich fahre jetzt alleine nach Berlin. Und Baha will mir eins auswischen. Klar, er kann dann mit 20 Leuten kommen, als Beispiel. Und ich kann dann nichts machen. Er kann mit 10 Leuten kommen, ich kann nichts machen. Oder 5 Leute. Das ist halt so, wenn du irgendwo hinfährst, wie Bocholt. Wir sind nach Bocholt gefahren und ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Ey, und ich bitte euch, es sind keine Gangster, die gekommen sind. Es sind ganz normale Shishaba-Kennigs. Und darum geht es. Klar, natürlich, wenn du irgendwo hinfährst, musst du damit rechnen, dass sowas passiert. Also, wir haben jetzt in Bocholt nicht damit gerechnet. Weil das ja eigentlich ziemlich Kinderkacke ist, war. Aber, ja, das ist ganz normal. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht irgendwo hinfahren würde. Wenn mich dann einer schlagen will, kann er mich sowieso, egal wo, schlagen. Im Prinzip könnte auch jemand jetzt nach Litauen kommen und mich schlagen, wenn er will. Das ist doch nicht schwierig. Du buchst dir ein Flugticket, du guckst, wo ich ungefähr bin, wo ich rumlaufe, fängst mich ab und bam. Er ist, also, die im Bocholt waren vom Kopf her oder vom Ding her Kinder, aber es waren Erwachsenen. Also, mit Erwachsen meine ich, keine Ahnung wie alt, zwischen 19 oder sagen wir 18 und 23 oder so. Irgendwie sowas. Oder 24, ich weiß es nicht. Heutzutage, du kannst es gar nicht mehr einschätzen. Ich sehe manchmal Kennex, die sagen zu mir, die sind 15. Die sehen aus wie 25, weißt du? Aber nee, es waren schon ältere auf jeden Fall. Ah, Rückenpolitik. Ey, selbst YouTuber machen das mit Rücken. Diese Filme mit, du fährst dahin und es kommen so und so. Okay, er hat Ansagen gemacht. Ne, an Manuel sind uns dann nach NRW gefahren. Dann musst du ungefähr damit rechnen, dass auf jeden Fall irgendjemand kommt, ne? Das ist ja klar. Die wissen, in welchem Studio du dich aufhältst. Da kommen die Leute. Du bist das Leben, du bist die Straße. Damit musstest du rechnen. Ja? Nach diesen Ansagen, die du gemacht hast. Weil die Ansagen, die man macht, ein Mann darf nur solche Ansagen machen, wie er auch tragen kann. Ja? Das sage ich nicht, um dich zu schmälern. Ich sage dir das für die Zukunft. Du bist ein sehr krasser Rapper, Animus. Ein sehr guter Schreiber. Du bist auch ein guter Mensch. Ich habe mit dir sehr viel gelacht, sehr viel Spaß gehabt. Ich möchte das nicht kleinreden. Ich vergesse das auch nicht. Ich war im Gefängnis, du warst für mich da. Du hast mit mir viel telefoniert, auch Motivation gegeben. Vergiss ich dir nicht. Nach dieser Sache aber mit Emanuelsen, du warst am Boden. Viele haben sich eingemischt, viele haben sich schlecht gemacht. Aber wir haben dich angerufen, 100 Mal. Du bist nicht drangegangen. Irgendwann warst du plötzlich bei Bushido. Obwohl wir Streit mit denen haben. Aber wir sind die Letzten, die gesagt hätten, geh nicht zu denen. Obwohl wir wissen, was Bushido für ein Mensch ist. Kommen wir mal ganz kurz dazu, was Bushido für ein Mensch ist. Beste Beispiel, Loredana. Sehr großer Hype. Loredana hat rasiert. Hat alles rasiert. Bushido hat gemacht, ich feiere Loredana. Loredana hat gesagt, ich feiere Bushido. Ja, normal folgen sich gegenseitig. Plötzlich kriegt Loredana einen Shitstorm wegen dieser Petra-Sache. Was macht Bushido? Obwohl er noch ein paar Tage vorher mit Diva Fotos mit Mossick Hotel chillen macht, lässt er Loredana ins Messer laufen. Warum? Für die Promo. Wie kann ich über Nacht zum Ehrenmann werden? Ich sage, ich bezahle Beerdigung. Aber Loredana hat mehr Eier als Bushido. Loredana hat ihren Mund gehalten. Die hat im hinteren Bereich alles geklärt, ihre Probleme. Und erst als es geklärt war, hat die ihren Mund aufgemacht und hat gesagt, okay, so ist alles geklärt. Das war auf jeden Fall eine harte Aktion. Also, wenn diese Sache stimmt, dass er Loredana cool war und halt gesehen hat, okay, ich kann Profit rausziehen, ein paar Leute auf meine Seite holen. Ich zahle die Beerdigung, obwohl ich mit ihr gut bin und mache es hinterrücks, ohne mit ihr das abzusprechen. Das ist schon eklig. Aber ey, wirklich, Rap ist ekelhaft. Ekelhaft. Die Menschen sind durch, die sind kaputt. Wirklich alle, alle. Heute bin ich cool mit ihm, morgen bin ich cool mit ihm, weil ich eine Woche mit dem gechillt habe. Ist das mein bester Freund? Nächste Woche ist das mein bester Freund. Ey, bitte. Wirklich, Leute. Und YouTuber sind auch nicht besser. YouTuber sind genauso ekelhaft. Genauso ekelhaft. Aber auf eine andere Art und Weise. Also eigentlich, wenn man das so sieht, es macht eigentlich gar nichts davon Spaß. Rappen oder YouTube, es macht wirklich eigentlich alles gar keinen Spaß. Diese Leute sind sehr, boah, bitte. Leute nennen den und den HS und gehen dann live auf YouTube oder gehen dann live auf Twitch oder was auch immer. Und tun, boah, ich feier den und der ist cool, der ist lustig und so. So, ey, das ist doch kaputte Menschen, wirklich Minderwertigkeitskomplexe. Es ist eigentlich nicht anders. Es ist eigentlich wirklich nicht anders wie auf der normalen Arbeit. So, oder? Guck mal, wenn du arbeiten gehst, du weißt ja auch, du hast da hinterhältige Kollegen. Du musst aber gut mit denen sein, ins Gesicht lachen und so. Und viele denken ja, okay, wenn ich jetzt ein Rapper bin oder ein YouTuber, alle sind cool, jung geblieben, oft chillig und so, ne? Genau so. Uled l'Qab. Genau gleich. Uled l'Qab 1 zu 1. Das zeigt wahre Größe. Die Bild-Zeitung kam Loredana kurz einmal zuvor, da hat man gesehen, okay, die ist mit Peter, ja? Ich möchte auch jetzt nicht alte Wunden wieder aufmachen, aber das war ein Vergleich, was für ein Mensch Bushido ist. Und denkst du, der lässt dich nicht auch irgendwann fallen, genau wie die anderen Menschen? Für Bushido sind wir alle Schachfiguren. Er hat uns benutzt, wie er wollte, ja? Hat 20 Jahre Gebrauch gemacht von Arabas, hat Leute unterdrückt. Und dann sagst du in deinem Diss-Track gegen Roos, also in den Song, wo du Roos dissst, Roos wäre eine Marionette, Arabern und Rockern, nur weil sich Roos eventuell mit Arafat vertragen hat. Ja, die verstehen sich. Die sind jetzt nicht die besten Freunde, aber die haben sich ausgesprochen, was man macht nach einem Streit. Hat Bushido sich einmal ausgesprochen mit uns, mit mir, mit Bruce oder so? Nein, er hatte gar kein Interesse, weil er braucht uns für seine Promo. Er braucht uns für seine Aktivitäten, die er da hat. Weil ein Farid Bang, ein Kollege, den kann er nicht das Wasser reichen. Die haben ihn zerstört auf JBG und danach war Sense. Ja, ich war im Gefängnis, ich war da, ich konnte nicht viel machen, als die Anfänge waren, wo der mein Bruder gedisst hat. Also er ihn einfach ohne Grund gedisst hat. Warum? Weil Bushido gesagt hat, Roos, du unterstützt nicht mehr Manuelsen, du unterstützt nicht mehr K-One, du unterstützt nicht mehr Flair, du unterstützt nicht mehr den und den und den. Und Bruce hat gesagt, ey Digger, das geht doch nicht. Zack, macht Bushido ein Interview irgendwann, weil man Roos nicht vereinnahmen konnte. Was glaubt ihr? Meint ihr, das stimmt, was er gerade sagt? Weil im Hintergrund ist ja wirklich sehr, sehr viel Politik. Also wenn das stimmt, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Das ist wirklich widerlich. Dieses, du machst nicht mehr mit dem, mit dem. Es ist wie Politik, genau gleich. Aber auf Rap-Ebene. Mit Shindy wurde mein Bruder dissen. Mit Shindy habe ich mich vertragen. Shindy hat sich gerade gemacht. Arafat hat sich gerade gemacht. Ich und Shindy haben gemeinsame Freunde, wobei ich mit Shindy auch früher cool war. Aus Düsseldorf, die Brüder, die haben das uns zusammengebracht, wir haben telefoniert. Man hat sich gerade gemacht, alles gut. Shindy, schöne Grüße. Mach dein Ding, krasser Rapper. Zack. Fertig. Kick, boom, bang. Ohne viel, bap, bap, bap. Haben wir das mit Bushido hingekriegt? Nein. Mit Bushido kann man kein Herr machen, weil Bushido ein Lügner ist und sein Wort niemals hält. Ich sage euch wieder ein Beispiel, ein einfaches Beispiel, ich könnte so vieles sagen. Bushido ruft Mois an, lasst vertragen, Keller, so, ja, okay, Manuelsen, ja, alle, okay. Ich habe den allen gesagt, der wird euch verarschen. Die dachten, nein, Bushido hat Worte gegeben, so, ich habe, okay, war, ja. Stimmt, stimmt, und Bushido hat den Song von Asche geteilt, ne? Er hat so gesehen darauf gewartet, dass Mois am Boden liegt, so mäßig, ne? Und hat dann halt das Ganze geteilt, so, weil er halt davon profitiert, weil er immer noch abgepackt war auf Mois. Das ist genauso wie mit, ähm, mit PA und Manuelsen. Er hat, äh, das Interview von PA Sports geteilt, weil, äh, er ja immer noch was gegen Manuelsen hat, so, und eigentlich mag er PA Sports auch nicht, so, also, das war der letzte Stand damals, dass er PA nicht leiden kann, so. Das ist schon dreckig, das ist schon dreckig, das ist schon echt dreckig. Ein paar Tage später kommt Amazon Exclusive, er disst mich sehr hart, ja, durchs Leben, aber da hat er sein wahres Gesicht gezeigt und alle standen so da, wie, wir haben doch Kerl gemacht, jetzt, obwohl Kerl ist ja eigentlich, mischt er sich in die Sache von Mois wieder ein und teilt den Diss von Asche gegen Mois, um Fitna zu machen, aber dann, wenn es drauf ankommt, ruft der Mois an, weil Mois ist auch kein kleiner Pisser, ja, so ist das nochmal. Da hast du viel dazu, deswegen kann man mit dem Kerl machen, das heißt, wenn wir mit den Kerl machen würden, würde er es ein halbes Jahr in drei Monaten wieder brechen, weil er ein Promo braucht. Das ist so, leider. Er liebt keinen außer sich selber. Er dis nur namentlich Ruß die ganze Zeit, immer Ruß, Ruß, Ruß. Dann, normal, Ruß ist eine, eine Legende, Ruß ist groß, Ruß hat diese Interview-Welt-Legende gemacht. Ohne ihn, 40-jährige Kanaken, die kein Deutsch können, sage mir, Wallah, gute Interviews, deine Bruder hat gemacht. Der guckt sich Rap-Interviews an, ja. Krass, was Ruß geschafft hat, Ruß hat Meilensteile gesetzt und hat so viele Rappers supportet, die ganzen Heuchler-Rapper da draußen. Was hat nicht Ruß alles für euch gemacht? Die, die meisten, die dann sagen, Ruß, Fitna hier, Fitna da. Lack, ihr wolltet die Interview so, wie ihr die haben wolltet. Schneid mal bitte das raus, bitte mach mal so. Brudi, ich hab den letztens als Hurensohn beleidigt, den einen oder einen, den anderen. Schneid das bitte raus. Macht das so, macht das so. Und am Ende ist es auch Ruß geblieben. Aber wir haben von allen die Materialien. Wir haben alles zu Hause. Alles haben wir doch. Ihr wisst, wo die Festplatte ist, die ist nicht zu Hause. Wo ist die Festplatte? Der als Erster sagt, wo die Festplatte ist, der kriegt, der kriegt ein Abo von mir. Okay, du bist schon Abo. Ja, ich muss kein Abo verschenken, korrekt. Im Safe. Die echte Festplatte liegt natürlich im Safe und nicht bei ihm zu Hause. Jenny kommt uns nicht so. Ruß hat, ihr habt fast jeder Rapper in Deutschland, Ruß, sehr viel zu verdanken. Hintergrund und auch mit Interviews, auch ein Bushido davon profitiert. Was meinst du, warum die den Ruß vereinnahmen wollten? Deswegen, Animus, pass auf dich auf. Der wird dich fallen lassen. Mach dein Geld, wir gönnen dir. Hättest du uns gesagt nach dieser Schlägerei, ich gehe zu Bushido. Ich bin am Boden. Ich brauche wieder Push. Wir hätten gedacht, geh, hier hast du Geld für Tank. Fahr. Hättest du uns was gesagt. Aber du warst einfach da, hast Texte geschrieben für den, wo der uns disst. Hey, Tankgeld? Ich will auch Tankgeld. Ich war zu Bushido. Ja, das stimmt. Ruß hat wirklich sehr viele Rapper wieder groß gemacht. Das ist wirklich wahr. Also beziehungsweise dabei unterstützt, wieder größer zu werden. Sehr, sehr viele. Ist das korrekt? Ist das fair? Das ist nicht fair. Das ist nicht korrekt. Das ist charakterlich sehr, sehr schwach. Nur damit du Bushido gefällst. nur damit du da gut da stehst bei ihm und nicht rausfliegst. Ich kann es verstehen. Vielleicht hast du dein letzter Strohhalm. Verstehe ich. Ich habe gesagt nichts dagegen. Aber zeig doch mal ein bisschen Größe. Du hast bei Manuelsen eine Frau kritisiert. Deswegen war der Streit. Hast du auch Bushido bei Bushido über seine Frau ihn kritisiert? Dass sie mit Bikini im Urlaub ist. Freizügig. All diese Filme. Wissen wir nicht. Hast du? Sei doch korrekt. Du hast das bei einem Bruder von dir gemacht. Bei Manuelsen. Der dich unterstützt hat. Hast du das gemacht? Okay. Lass das dahingestellt, ob du recht hast oder nicht. Ist nicht meine Aufgabe, das jetzt zu beurteilen. Aber hast du das bei dem auch gemacht? Hast du nicht. Ja, stimmt. Stimmt. Hat der 100% nicht. Und wie viele Brüder von uns sind für dich da? Mein Bruder Agurush. Ein stabiler Bruder. Das ist meine Kindheit. Der war für dich da. Ist für dich da. Kommt mit dir zu Gericht. Hilft dir. Habe ich zu Argo gesagt, der soll nicht mehr mit dir rumhängen? Nein. Wir legen keine Leute Steine in den Weg. Gorex. Ich kenn den lange. Agurush. Das ist der Manager von Haber, ne? Zehn, zwölf Jahre. Ich hab bei denen aufgenommen. Mit Eierschale an Wand bei seinen Eltern zu Hause unten im Keller. Habe ich denen gesagt, mach keine Beats für Bushido? Weil ich streit mit denen habe? Nein. Wir legen keine Steine in den Weg bei anderen Menschen. Ich kann jederzeit noch Gelsen kischen, den an seinen Orten ziehen und sagen, du machst nie wieder Beats. Aber warum soll ich das machen? Ich kenn Gokex lange. Ich gönne ihm das doch. Auch wenn er und du und alle in den Livestream sitzt und wenn Bushido dann lästert und er dann lacht im Hintergrund ist. Lachen euch das gegönnt. Dieses Kichern. Ist okay. Nichts passiert. Ja, die müssen doch kichern. Bushido bezahlt die. Natürlich kichern die. Die kriegen Geld. Die gehen, wenn Bushido sitzt, die gehen unterm Tisch. Die machen so. So an Cojones. Kli, 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 kli. Kommen wir aber schnell zu Asche-Thema. Bevor er das Handy wieder rumzieckt. Asche, kommen wir zu dir. Mir ist egal, ob du Tschetschene bist, ob du Pole bist oder sonst irgendwas bist. Es geht mich nichts an. Mois hat das mit dir gemacht. Oder was auch immer. Hat die Ansage gemacht, weil ihn das sehr verletzt hat wegen dieser Kriegsgeschichte. Weil du die Leute, die Tschetschenen haben sehr viel Leid erfahren. Sehr lange Krieg. Und diese Tschetschenen sind ein Kämpfervolk. Die sind unsere Brüder im Dien, im Glauben. Und ich komme auch aus einer Familie, die im Krieg war. Mein Vater war im Krieg. Und du sagst in deinem Track, ich werde diese Hundesöhne noch jagen. Ja, ne, mein Vater, willst du jagen? Ja, ne, mein Vater ist ein Hund, sagst du, mich willst du jagen? Mein Vater, der Menschen gegessen hat im Krieg, damit er überlebt. Ja, der tote Hände geknabbert hat, damit er drei Tage so einen Schutzbunker überlebt hat. Da sagst du mir, der Mann, ein richtiger Mann. Wir waren im Krieg, meine Familie war im Krieg. Und du spielst mit Sachen, die nicht passen. Ja, ne, ich will dich hier nicht schmälern. Ich will dich auch nicht bedrohen oder beleidigen. Du bist ein korrekter Typ. Ich hab dich zwei, dreimal gesehen. Du warst sehr höflich, sehr respektvoll, muss ich sagen. Du bist auch ein guter Rapper. Mach dein Ding. Aber was ist dieses Ratten im Keller? Meinst du mich? Wenn du mich meinst, schreib mir bitte privat. Ich meine dich. Dann gehen wir gerne in den Oktagon. Ich biete dir das an. Ich hab keinen Bock, 20 Minuten Disc-Track zu schreiben. Wallah. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ich bin ehrlich. Kein Bock auf ein 20 Minuten Disc-Track. Maestros Disc-Track hat eh sehr gut reingehauen. Ganz krasser Song. Ich biete dir an. Habt ihr den Disc-Track von Maestro gehört? Ich hab kurz reingehört. Also waren auf jeden Fall gute Lines. Ich hab's nicht ganz gehört, aber ich hab da schon reingehört. Es ist echt nicht Ding. Gut. Es war auf jeden Fall gut. Aber auch richtig. Hat er genau richtig gemacht. Einen Track dazu. Hype. Mitnehmen. Geld machen. Man muss aus jeder Scheiße Geld ziehen. Wirklich. Im Internet. Kämpf mit mir. Eins gegen eins. In Oktagon. Bär-Nackel. Bär-Nackel. Ohne Handschuh. Halbbrauch. Ich kann auch ein bisschen boxen. Du bist Kämpfer. Gelernter. Zehn Jahre. Nasen kaputt von Schlägen. Sag dein. Kein Problem. Komm, wir kämpfen. Irgendwann gewinne ich oder gewinnst du. Wir geben uns danach die Hand. Ob ich verliere oder nicht. Aber jetzt 20 Minuten Disc-Track. Mist-Track. Aber wenn du sagst, ehrlich, ich bin dran. Schmeite dich gar nicht. Dann schreib mir das. Dann tust du das auch nicht. Dann mach ich eine Story und sag. Hey, mit Asch ist alles die Klettern. Das aber auch gut. Reicht. Meistrot, was gesagt. Meistrot, was gesagt. Du hast was gesagt. Ich bin der Letzte. Abu Jullo hat die geschrieben. Lass das klären. Mehrmals. Die haben dir wochenlang hinterher geschrieben. Du hast dich nicht gemeldet. Dann hast du Abu Jullo geschrieben. Ja, ich melde mich. Aber hast du auch nicht gemacht. Ja, nee. Deswegen frage ich mich, wo diese Sache gekommen ist. Erpressen. Wer von den Jungen aus dem Keller hat nicht erpresst? Weiß ich nicht. Habt ihr euch das Video von Arafat angeschaut? Mit Ali Boumayeh? Da hat er doch mit einem Typen telefoniert. Wie hieß der Typ? Magas? Madjas? Maga. Genau, Maga. So. Und das, was der Typ gesagt hat, wird stimmen. Also guck mal, das ist zum Beispiel so eine verlässliche Quelle, kann man sagen. Ne? Zu 99 Prozent. So. Ähm. Also mit zwei S-Klassen vorfahren und solche Filme abziehen. Ist schon krass. Aber, was auch rausgekommen ist, dass die Tschetschenen es wussten. Oder sehr viele Tschetschenen wussten, dass er kein Tschetschener ist. Aber denen das halt egal war. Dass die darauf geschissen haben. Vielleicht hast du es falsch aufgefasst. Wenn es so ist, entschuldige dich bei die Jungs. Mach dich gerade. Ein Mann, der sich entschuldigen kann, ist ein wahrer Mann, der seine Fehler eingesteht. Vielleicht ist das falsch rübergekommen oder irgendein anderer hat sich angelogen, hat über Fitna gemacht, über Mäus. Oder über Abu, ist egal wer. Aber diese Jungs, vor allen Dingen Abu, ein Ehrenmann, ein Halal-Boy, der wird niemals ein Mensch erpressen. Das ist nicht seine Art. Und so kenne ich die auch nicht. Und diese Sache mit gekauften Freunden. Ich bin seit drei, vier Jahren im Keller. Ich habe mit Mäus' Videos angefangen. Da hatte Mäus' 10, 15.000 Abonnenten. Ich war nicht bei Mäus' wegen Hype oder sonst irgendwas. Ich habe mich mit Mäus' verstanden, da war ich noch im Gefängnis. So lange kennen wir uns. Mittlerweile haben wir es geschafft. Eine Million Abonnenten aufgebaut. Machen unsere geilen Videos. Wir haben Spaß. Wir stehen dafür für Spaß, für die Menschen zusammenbringen. Das ist meine Motivation. Ich möchte Menschen helfen. Ich möchte Spaß haben. Ich möchte keinen unnötigen Streit. Solange man mir nicht auf der Nase rumtanzt, alles gut. Deswegen frage ich dich ganz entspannt, Digga. Meinst du mich? Meinst du mich nicht? Ich weiß es nicht. Wenn du mich meinst, dann lass kämpfen. Aber mach schnell. Ich sage dir ehrlich. Ich habe in ein paar Tagen eine Zahn-OP. Danach bin ich außer Gefecht. Dann können wir nicht kämpfen. Ey, ey, ey. Das ist Hammer. Er erwähnt eine Zahn-OP einfach bei dem Statement. Das ist witzig. Sinanji kam nicht zum Kampf wegen Zahn-OP. Ey, Bruder, lass kämpfen. Bruder, ich habe Zahn-OP. Ey, aber Zahn-OPs sind wirklich schlimm. Was nicht schon bei mir alles im Mund aufgeschnitten wurde, ne? Ich muss auch wieder zum Zahnarzt, wenn ich zurück bin. Ich habe überhaupt keinen Bock. Ich drücke mich immer davor. Hier kriege ich eine Krone. Hier muss was gemacht werden. Boah, ekelhaft. Und in drei, vier Wochen, in sechs Wochen kämpfen, habe ich auch keinen Bock. Lass jetzt schnell, in den nächsten zwei, drei Tagen, komm rüber. Kämpfen. Du zeigst mir Bärnacken. Gewinn ich, gewinn ich. Gewinnst und gewinnst du. Wie zwei Männer. Haben sie uns gerade gemacht. Mehr kann ich dir nicht anbieten. Und ich möchte dich nicht schmälern oder dich beleidigen. Ich möchte sonst auch niemanden hier beleidigen. Das ist meine ehrliche Meinung einfach, die ich jetzt gesagt habe, liebe Freunde. Es tut mir leid, wenn ich zu viel geredet habe. Es kann sein, dass ich einige Sachen ausgelassen habe. Ja, stimmt. Aber ich werde Interviews geben. Ich habe 20 Songs gemacht in der letzten Zeit. Ich habe sehr viel gearbeitet, Freunde. Und warum ich auch nicht auf dich eintrete, Asche? Ich kenne dein Gefühl. Ich weiß, wie du dich fühlst. Viele haben auf ihr jetzt eingetreten. Viele, die auch gar nicht berechtigt sind, zu reden. Ich lag auch am Boden. Für eine Sache gerechtfertigt, ja. Die andere nicht. Durch Gerüchte, durch Lügerei, durch Fitna, aber du weißt, wie es ist. Leute im Internet machen viel Fitna und geilen sich nur auf das Aus auf und machen weiter. Ich kenne das. Von mir haben sich auch ein, zwei Leute distanziert plötzlich, die ich gefüttert habe, die ich unterstützt habe. Da war die weg. Aber Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wir haben gesehen, wer Freund ist. Wer bleibt. In schweren Situationen sieht man, wer sein Freund ist. Vielleicht ist das bestimmt genauso. Und deswegen tritt ich nicht auf dir ein. Ich tritte nicht auf Leute, die unten auf dem Boden liegen gerade. Du wirst sicherlich aufstehen. Du bist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Du bist ja auch aus dem Bochumer Ghetto. Ja, ne. Du weißt ja, wie das dann in NRW läuft. Wie es ein Robot ist. Mach dich gerade. Wenn du denkst, du musst dich entschuldigen bei den Jungs, dann mach das. Wenn du sagst, so Erpressung, weil diese Erpressungsgerüchte sind sehr rufschädigend. Keiner von den Jungs wird dich erpressen. Oder Mois braucht auch dein Geld nicht. Mois macht genug Geld. Wir haben genug Geld. Alhamdulillah. Mein Kühlschrank ist als Essen drin. Das reicht. Ich kümmere mich um meine Mutter. Ich kümmere mich um meinen Vater. Ich habe sehr viele Probleme in der Zeit. Sehr, sehr traurig. Aber kann man sagen, dass ich auch nachgetreten habe bei der Sinan-G-Sache? Weil ich habe ja damals eine Fitna-News gemacht dazu. Auf Humor. Also wirklich komplett auf Satire. Ist das Nachtreten auch geil? Oder ist das okay? Ey, wisst ihr, was Bushido auch damals einmal gemacht hat? Das ist sehr, sehr dreckig. Und zwar, irgendjemand hat ein T-Shirt von ihm auf Ebay verkauft. Ich glaube, er hat es einfach selber bedrucken lassen. Mit dem Namen Bushido. Ich weiß es nicht, ob es ein originales Bushido-Shirt war, oder ob er es selber bedrucken hat lassen. Und die Person wurde verklagt. Richtig krass verklagt. Hartz-IV-Empfänger landen. Mussten 3.000 Euro Strafzahlen wegen Berscher. Song runterladen von Bushido, oder? Damit hast du dein Geld gemacht. Ja, nee. Jedem das seine. Aber du warst kein korrekter Mann. Hast Leute als Hurensöhne beleidigt. Hast alles gemacht, aber stellt sich selber ein. Also, guck mal. Zu der Sache mit Leuten anklagen, oder Leute verklagen, oder beziehungsweise anzeigen, die dir deine Sachen klauen. So. Ich sag euch, ab wann. Ist schwierig. Guck mal. An sich kannst du sie anzeigen. Aber ich sag euch, ab wann es meiner Meinung nach okay ist. Nehmen wir mal an. Ich mach jetzt ein Album, ne. Und verkaufe nur 500 CDs. Und es wird aber 50.000 mal illegal runtergeladen. 50.000 mal und ich gehe ins Minus. Ne. Aber die Leute hören das alle illegal und feiern das auch noch. Dann bin ich der Meinung, es ist ekelhaft, aber du kannst die Leute anzeigen. Sagen wir, okay, das erste Album nicht. Nach dem zweiten Album, wenn es wieder so ist und du wieder im Minus gehst, bin ich der Meinung, du kannst die Leute anzeigen. Weil ey, du steckst Geld rein, Arbeit rein und alles mögliche. Und alle laden es runter. Aber wenn du Millionen gemacht hast, ne. Und dann auch noch Leute danach anzeigen. Ich würd drauf scheißen, ist doch egal. Diese 20.000, 30.000 Euro, die bringen dir auch nicht viel mehr in deinem Leben. Weil ich hab früher alles gedownloadet. Kennt Kasa, Bershare, Emule, ähm. Wie hießen diese ganzen Seiten? Was gibt's noch? Torrent. Das sag ich ja, bei Bushido ist es eigentlich unnötig, er braucht das Geld nicht. Als Opfer da. Hält uns alle für doof. Und deine Fans, viele von denen. Einige Vollidioten. Die fallen drauf rein. Die kennen dich nicht. Ich kenn dich. Wir kennen dich. Die normalen Bushido-Hörer, ja, sollen dich doch hören. Ich hab auch dich gehört früher. Ich hab auch Bushido gehört. Gute Songs gehabt, ja. Sagt keiner was. Gute Lerge ist hier aufgebaut. Gute Songs gehabt. Aber jetzt? Alles im Arsch. Biografie gelogen. Film gelogen. Alles ist gelogen. Und den bösen Arafat immer nach vorne schieben. Immer der böse Arafat. Steuerhinterziehung, Haus selber anbrennen. All diese Filme. Aber du bist das Opfer in dem Ganzen. Sehr, sehr komisch. Hast aus Arafat einen Bulgare gemacht. Der will meine Kinder entführen. Der will meine Kinder klauen. Arafat ist aber böse. Kannst du nicht sagen, ne? Also kein Mensch ist perfekt. Aber sagen wir mal so. Man merkt den Unterschied zwischen einem Arafat von früher und einem Arafat von heute. Was ist das denn, Alter? Was ist das für ein Film, Mann? Deine Frau hat noch vor dir gegen Arafat geschossen, Mann? Wer hat die Hosen an zu Hause? Du hast selber bei Gericht gesagt, meine Frau hat die Hosen an. Ja, nee. Und nochmal ganz kurz an alle Bulgaren. Nicht jeder Bulgare ist irgendwie kriminell, oder? Ein Dieb oder was auch immer. Das war jetzt so. Weil in letzter Zeit manchmal in Medien war ein Bulli fährt hier rum, dass ein Bulgaren die wolle Kinder klauen. Das kam mir in den Kopf. Auf jeden Fall. Gibt von jede Nationalität Schweine. Nicht böse gemeint, ich küss euer Herz. Was soll ich noch sagen? Auf jeden Fall. Bushido ist ein sehr, sehr ekligen Charakter. Drehklaft. Nicht einmal hast du angerufen, dass man das klären kann. Nein, du bist gar nicht darauf hinaus, wie ich das schon gesagt habe. Animus, sehr enttäuscht von dir. Wie gesagt. Asche, du weißt Bescheid. Kämpfen, ja. Wenn du nicht kämpfen willst oder sagst, du meinst mich gar nicht. Ist keine Schande, sag es mir und alles ist cool. Ich beleidige dich nicht. Ich möchte dich nicht beleidigen. Ich möchte dich nicht deine Frau beleidigen. Ich möchte dich nicht deine Mutter beleidigen. Habe ich überhaupt kein Interesse. Aber die Sachen müssen wir halt gerade rücken, wen du meinst. Mit Ratten im Keller. Hundesöhne. Musst du dich gerade machen, Digga. Ich hätte mich niemals geäußert, hätte ich die Sachen nicht gesagt. Gekaufte Freunde im Keller oder bei uns. Geht es nicht um Geld hin und her. Jeder macht sein Ding und gut ist. Wir machen mit Herz. Ja. Kann ich auf jeden Fall verstehen, dass er sich darüber abfuckt. Weil er sagt ja Keller. Und es ist ja klar, welche Leute gemeint sind. So. Im Prinzip kannst du dich eigentlich auch darüber aufregen. Und das macht ja wirklich jeder. Aber das ist ja so flexmäßig. Alle Rapper sind Hurensöhne. So. Und nächste Woche gibt es ein Feature mit irgendeinem Rapper. Und wenn er sagt, alle Rapper sind Hurensöhne, dann müssen ja wirklich alle aufstehen und sagen, ey, wie, wir sind Hurensöhne. Aber wenn man sagt, speziell alle im Keller sind Ratten oder so, ne. Und jeder, der wirklich so zum Keller gehört, wie Sinanji oder Maestro oder so, kann sich oder sollte sich auch da angesprochen fühlen. Im Sinne von, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Bleibt gesund, liebe Freunde. Ich küss euer Herz. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Bitte beleidigt euch nicht gegenseitig. Der und der so und so. Beleidigt auch nicht Bushidos Mutter unter meine Kommentare. Will ich auch nicht. Beleidigt nicht Animos seine Mutter. Und auch nicht Asche seine Mutter. Ja. Wenn ihr sachlich was schreiben wollt, macht das gerne. Kein Problem. Ein paar witzige Sachen kann man immer schreiben. Kein Problem. Aber bitte ein bisschen, manchmal ein bisschen auf die Zunge achten. Und Chalas. An der Stelle. Assalamu alaikum. Das war euer Bruder Sinan. Bleibt stabil. Und vergisst eins niemals. Der G bleibt der gleiche. Sollen wir die drei Minuten noch lang ziehen. Einfach auf halbe Stunde. Ich habe mein Leben gefickt. Freunde, wer bis jetzt durchgezogen hat. Wallah, Respekt. Respekt. Wer jetzt bis Ende geguckt hat. Ich küss dein Herz. Yallah. Assalamu alaikum. Ja. Fazit dazu. Ein gutes Video. Wirklich ein gutes Video. Er hat in einigen Punkten recht. Gerade wenn das so stimmt. Dann hat er eigentlich. Keine Ahnung. Man kann sagen 99% der Aussagen recht. Aber. Wir kennen jetzt nicht die 100%ige Sicht von Animus. Ob er jetzt sich dazu äußern wird. Ich glaube nicht. Oder ich denke eher nicht. Er nimmt die Promo mit. Was kann man. Ja. Guck mal. Jetzt ernsthaft. Stellt euch vor. So jetzt eine ernste Frage. Stellt euch vor ihr seid Animus. Und ihr rappt seit 15 Jahren. So. Ihr schreibt Texte. Ihr seid Rapper. Ihr seid wirklich gut. Eigentlich auch. Ihr seid wirklich gut. Aber es klappt einfach 15 Jahre lang nicht. Ihr macht kein Geld. Ihr macht gar nichts. Ihr seid bei dem. Bei dem. Ihr habt mit dem dann Stress. Mit dem Stress. Es klappt einfach nicht. So. Und am Ende kommt jetzt ein Bushido. Und gibt euch die Möglichkeit groß zu werden. Ne. Er hat mit ihm C10 gemacht. C10 ist eigentlich was legendäres. Ähm. Würdet ihr es machen oder nicht? Nein. Sicher. Oder sagt ihr das jetzt so? Stellt euch vor. Ihr macht 15 Jahre eine Sache. Und ihr verdient kein Geld. Dann kommt ein Bushido. Ihr wisst. Ihr kriegt euren. Okay. Er wird jetzt nicht den krassen Hype bekommen. Weil ja Bushido auch nicht sehr gut dasteht momentan. Aber. Ihr kriegt euren Hype. Eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt eure Musik machen. So. Und. Ihr wisst ja nicht. Vielleicht. Wenn ihr bei Bushido sitzt. Und er es aus seiner Sicht erzählt. Ne. Und wenn jemand sehr gut reden kann. So. Dann kann er euch dazu bringen. Dass ihr seine Sicht genauso akzeptiert und annimmt. Und auf seiner Seite seid. Ihr wisst selber wie das ist. Guck mal. Jetzt. Krasser Vergleich. Ne. Aber nehmen wir mal jetzt die NS Zeit. NS Zeit. 80 Millionen Deutsche. So. Davon waren 60 Millionen auf der Seite von. Ihr wisst wer. A. Punkt. So. Und da ist es jetzt. Tausend Prozent klar. Dass A. Punkt. Im Unrecht ist. Tausend Prozent klar. Dass er im Unrecht ist. Das was passiert ist. Zur NS Zeit. Und die Leute sind ihm trotzdem gefolgt. Und haben das gemacht. Und 60 Millionen sind mehr als. Keine Ahnung. Ein paar hundert. Äh. Leute. Die jetzt eine Partei führen. Ich habe jetzt gesagt. Von 80 Millionen waren 60 Millionen auf der Seite von. Von A. Punkt. Das ist jetzt weit. Das ist jetzt sehr sehr weit. Äh. Hergeholt. Was ich sage. Der Vergleich ist auch ein bisschen krank. Und creepy. Aber ihr wisst was ich meine. Ich habe ihn. Ich habe ihn mit. Oh.